Moin Moin Digga, Schlittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, die Ordnungshüter. Genau so und nicht anders sieht's nämlich aus. Rutzlappen ist überhaupt gestülpt, Augen sind geschlossen, ich würde sagen, ich bin bereit. Dann go! Nochmal so'n Ding. Augenring! Das geht los, ja? Mit dem Griff, dann kommt der Stern, dann kommt die Ansprechposition, rückte im Rücksprung, eigentlich kriegt der Sprung an, schlägt der Hand in die Stellung, bei der Bewerbsverlegerung auch rückte in der Rücksprung, falsche Schwung, dann wäre einziehender Arm am Ende des Durchsprungs. Okay, Frage 15. Welche Hyperantriebsklasse hat der Falke? Zwei. Nein. Nein. Die richtige Antwort ist Klasse zwei. Oh, da geht noch was. Das sieht wieder nicht mehr so schlecht aus für Sepp. Da geht noch was. Oh, das ist die perfekte Kugel für die Holy. Ja, aber da sind... Okay. Oh, fuck. Oh, voll auf die Fresse! Wow! Alter! Alter! So tötet man den! You fucking kidding me! Das ist sexuell gewesen. Ich maue hier. Ich war da durch, Jungs. Dankeschön! Ja, du stehst viel zu weit weg! Du mal! Oh, jetzt kommen wieder die Tipps. Okay. Wie wäre es, wenn du den Ball mal triffst? Ja! Frage 14. Wie viel bietet Jabba Busch zunächst für den gefesselten Chewbacca? A... Jabba Busch? Jabba Bausch. Oh, jetzt kommt wieder B, Martin. Ja, also nochmal. Wie viel bietet Jabba Bausch zunächst für den gefesselten Chewbacca? A... 10.000. B... 40.000. Oder... C! Es ist C! Peter! Wo ist das? Also, Peter hat... Peter hat 4... 3,8 cm. Dann möchte ich nicht aus dem Kot... Das wäre so ein Wintertap. Oh, Mann! Oh, oh! Oh, oh! Welche Stelle in einem Spiel hat euch richtig sauer gemacht? Fällt mir jetzt gerade spontan nix ein. Are you serious? Ich hau dieses Weiß-Ding gleich weg, Martin! Zweiter! Ich bin dritter! Ich war vor dir! Ich bin wieder kurz vor... Sie macht ihr mich überwult! Was? Ich bin echt... Ich hab keinen Bug mehr! Ich hab keine Lust mehr! Okay. Ja. Könnt ihr mir, äh... Vielleicht wäre es ja so gewesen, wenn wir beide einfach nur den Buchstaben selbst schreiben würden. Wäre es richtig? Nur weil man einige Regeln erklärt, heißt das nicht, dass alle anderen grundlegenden Regeln entfallen. Doch! Nein, nein, nein! Ja! Nein! Doch! Das genau ist die Definition von Regeln, die nicht gesagt wurden, existierten. A few moments later... Rammeliegel! Baby Bertha! Jetzt gibt es 20 Punkte dafür! Rammeliegel? Nein! Rammeliegel! Rammeliegel! Bei Stadt-Land-Fluss gibt's punktlegende Regeln! Ey, du kriegst 100! Das waren Superhelden vielleicht! Ich bin die Superhelden durchgegangen, die ich dich kenne! Damit hat Peter... Ja, im Kopf! Gut aufgeholt hier! Alter, hat der mir nen Headshot noch gesetzt? Ich hab ihn weggemacht! Ich hab ihn weggemacht! Ich hab ihn weggemacht! Sepp nicht looten! Mich holen! Ich hab nicht gebootet! Du bist Fake News! Die Konstellation mit Jay, Dalu und Bram könnten auch böse sein! Ja! Bram könnte Hitler sein! Und ich mein, so wie er spielt, ist das gar nicht so unwahrscheinlich gerade! Und Dalu ist die ganze Zeit in seinem... Was? Also... Deutlicher zeigen kann er es nicht, ja? Und Jay... Lass die Kante! Lass die Kante da hinten los! Jetzt kommt wieder... Was? Geil von mir, oder? Neu Spiel... Total Bananen, ey! Ich spiel mal normal! Normal! Okay, wir nehmen mal normal! Bananas! Aaaaaaah! Komm schon! Gas! Gas! Kannst es immer noch schaffen! Nur auf der hoch! Da rein! Nein! Musst du rein! Wie... Was ist das denn?! Oh mein Gott! Was ist geschehen?! So ihr geilen Schnittchen! Ihr könnt, falls ihr Borderlands 3 vorbestellen wollt schon, einfach mal unten... Schnauze! Hey, das ist doch wichtig für den Chat! Achso! Loll! Ich dachte, er macht ne Insta-Story! Nee! Ich dachte, du machst ne Insta-Story! Das vergeht nicht so viel Hupen! Nee! Entschuldigung! Alter, was sind das für Waffen, Mann! Der konzentriert sich mehr! Konzentriert! 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 Ich bin ja richtig scheiße heute! Kaaack! Kommt zum Ende! Ich muss kacken! Das... Skandal! Heißer Move, Jay! Nein, ich muss halt das mal beschreiben! Dann,... Dann schick' das aus! Oh yeah! Oh, ja! Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr... Naja, dann klopp ich, ich streit mich, ja. Also, das ist, nee, mach du mal hier, mach du mal was anderes. Nee, Junge. Nee, jetzt eskalier doch nicht so. Nee, ich will doch nur einmal schießen. Komm, lass mich doch mal. Ja, komm, jetzt. Aus dem Leben beworfen haben wir den. Ja, okay, jetzt hat er mich weggemacht. Alter, hier sind zu viele. Er meint, er könnte hier alles machen. Tim, du hast auch Respekt gehört. Ich guck mir das einfach an und gedieße. Wenn ich in Köln laufe. Das war meine Antwort, das ist richtig. Das ist ein Feder vorm Frühstück. Wir haben noch Christian dabei. Bitch Lasagne, ich sehe nichts. Bitch Lasagne, so. Nice. So, guck mal, was da drin ist. Hat das mal in der Hand. Guck mal, willst du mich verarscht? Ja, ein bisschen weiter rechts. Ja, da siehst du, dass das fällt. Wie, da siehst du. Da ist das. Du machst jetzt, du nimmst jetzt, du siehst ja, wo die Ränder sind von deinem. Ich sehe nichts. Ich bin der Affe. Aber es macht voll Spaß. Das muss keiner leben. Als wir gespielt haben, ja. Und davor haben wir Stimme in der Schule. Stimme, ich habe ja schon mit euch beiden gespielt. Das war toll. Oh ja. LOL, ich lebe noch. Was? Please. So tief habe ich noch die Wurm im Wasser gesehen. Bitches. Geht's head, Peter. Damit hast du gewonnen. Und wie das? Erfreien mich auch gerade. Oh. Oh. Nee, das hat der noch Telefon. Oh, nee. Das ist doch zum Kotzen. Jana ist tot. Jungs, Schönen. Oh mein Gott, kümeln die ich doch. Er impft seine Kinder! Sieben beispielsweise dürfte alt genuss sein. Ich meinte, ich hab von Pornos... AH KOMM E! käytet und hoistensweihändig oder? NEeeeeeee! Aber... To Infinity... Wo ist denn das jetzt? AND BEYOND! WHOA! Hahahaha! Hahahaha! DAT... Ehhhhh... NEUEEU... D об... Hahahaha! Hahahaha! Welchen Planeten repräsentiert Mon-Mot-Ma im Senat? A. Jay. Naboo. Naboo ist leider nicht korrekt. So, wieder freigeben. Welchen Planeten repräsentiert Mon-Mot-Ma im Senat? Alderaan. Jay sagt Alderaan. Jay ist falsch. Verdammt. Freigeben. J. Coruscant. Coruscant ist leider falsch. Verdammt. Jetzt musst du richtig antworten. Und dann hast du trotzdem noch... Also jetzt musst du eigentlich freigeben. Welchen Planeten repräsentiert Mon-Mot-Ma im Senat? A. Alderaan. Christian. B. Ich würde auch nie sein. B sagst du. B ist erstmal falsch. Oh, schade. Ja, erstmal ganz gemütlich... Na, die Funke. Aber leider falsch. Christian. C. C ist richtig. Ich. Für Sepp leuchten die Lichter. Ja, ihr habt 10 Punkte. Alles erreicht in meinem Leben. Du hast 9. Ich hab lang pimpelt. Whams. Oh, zwei geile Würmchen auf einem Plätzchen. Hey, was geht ab, Bram? Hey, du und ich. Warum packst du mir einen Schwanz? Ich hab's genau gesehen. Mhm. Ah, verdammt. Wie viel war das gerade? Ich werde verschont. Ach, wirst du. Vielleicht auch nicht. Verschont. Schon, warum ich da weggegangen bin, ey. Peter wird gebumst. Okay, zwei Würmer hab ich noch. Alles kein Problem. Ich hab nur zurückgespritzt, ne? Das passiert halt, wenn man Peters Face sieht. Heute wird zurückgespritzt. Oh, das ist ... So, Jux. Auf geht es! Zum Atem! Wie oft kann man das Ding eigentlich benutzen? Da hab ich mir tatsächlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber wie aussieht du endlich auf so lang, man? Ich hab keinen Brenner mehr. Da muss's so funktionieren. Nee, nicht wieder. Ne! Ahaha! Wieso hat ihr das so gekönment? Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Wofu! 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 Untertitelung des ZDF, 2020